Wo einfach alles erlaubt ist, was du eh zerst, äh, was weiß ich, Kleidung verboten, alles. Ladies and gentlemen! So, DVD! Ladies and gentlemen, David ist dabei und wir beide... Scheiße! Wir beide checken mal das neue Update aus, das neue Chapter ist natürlich jetzt schon ein bisschen länger da, ich glaube eine Woche. Aber wir wollen uns natürlich auch mal euch präsentieren, weil wir natürlich krasse DVD-Meister sind. Ich bin natürlich auch The Cell hier und damit natürlich sowieso. Und, äh, es gab auf jeden Fall ein Grafik-Update, sieht man auch hier, die gute Freddy-Schule. Äh, das siehst du auch am Generator. Genau, die Generatoren sind neu, die ganzen Texturen wurden geabdächtigt. Die Amaroka ist, äh, sonst auch noch eine Map, die, äh, im Fokus lag bei den Update. Aber, auf jeden Fall so. So, das war das erste und, äh, Ghosty mit Ghostface ist bei mir. Ghosty mit Ghostface? Ja, erstmal betäuben die... Äh, die Animation, also die, die Animation, die du jetzt am Generator machst, spielst du zu Hoover. Ghosty ist hinter der Schule. Mit mir. Ghosty ist hinter der Schule? Ist mir egal. Ich bin nicht hinter der Schule, also geht mir Ghosty auch nicht, nicht auf den Sack. Alter, die haben jetzt so ne, sogar ne Kackwurst hier auf, haha, auf dem Karton hängt ne Kackwurst dran. Und dann, oder ist es wirklich ne Wurst? Ist es ne Bratwurst? So, dann mit im Kreis laufen? Vielleicht reicht's ja. Ich möchte mich heute für jeden Huster entschuldigen, tut mal leid. Ich werde einfach jedes Mal rinzensiert. Ich werde jedes Mal eine Ente. Ente, 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 Gant! Sven, also, für Sven war der, war die Grafik halt so krass, deswegen ist er nicht dabei. Haha, für Sven war der so, boh, krass, ist ja mal ein Spiel. das ist aber noch grafik rauskratzen der platz mit festplatte ja ich heile ich doch du wirst kursante weit an weiße grafik ist immer viel zu grün für zu schicken für doch zeit aus sicht ist seit ein paar jahren draußen damals zwischen grafik update raus machen ja man hat wir ja auch schon mal gemacht also dann kann ich gerade gemacht aber ich bin bei mir was richtig ist was wo man hier ist ich bewegen kann ich habe ganze woche so ein schatz in der stadt sind zu schaden die spiel durchgespielt das ist doch gar nicht so viele spiele da zum suchen bei mir das ist alles was ich lange nicht mehr liegen oder das glöckchen klingeln er kommt es die mit uns felsen das ist gesagt jungen das ist ein Geräusch der heiße ist das bettet es gibt bei offizieller Begrüßt gab es die Erden von Gott sei Dank da hat mich jetzt im lexikon nachgucken Wir werden ja nicht glöckchen Klink stehen. Ja, wir werden ja nicht glöckchen Klink stehen. Ja, wir werden ja nicht glöckchen Klink. Ja, du, ich hab gesehen, dass Volk Crusader Kings durchgesuchtet. Ja? Ich war hardcore am Rainbow Six suchten. Und Valorant, wo ich mal wieder, ich muss es wieder betonen, Bronze 1 bin. Wie der Downrack. Wie der eine Woche verschwendet, ganz ehrlich. Du machst einfach den Drahtseil, manchmal fällst du runter auf Bronze 1, manchmal schaffst du es rüber. Ja, Bronze 2 finde ich vor allzu langer Zeit, nämlich vor drei Tagen habe ich Bronze 2 wieder erreicht. Und dachte mir, geil, jetzt geht es wieder bergauf und dann... Nobody knows this trouble I've seen. Nobody knows. Elva mega traurig, das ist wirklich mega traurig. Da hängt der Erste, ne? Ja. Und jetzt fehlen nur noch zwei Generatoren, das krass. Ja, ich hab einen gleich fertig. Ja, ich auch. Sagen wir noch zwei gesagt. Ja, da fehlt nur noch ein Generator. Aktuell kämpft er noch hart ab. Der kämpft richtig hart ab. Das ist richtig hart ab. Der ist richtig hart ab, Camp Reno. Der ist richtig scheiße, der Junge. Na? Wusstest du gar nicht, dass Sven heute Killer spielt? Der wollte einfach keine Zeit. Aber ich genieße auf jeden Fall so die Freiheit, die man hat. Ja. 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 Du kannst halt da anfangen, wo Ragnar gestorben ist und kurz danach, kannst du zum Beispiel so kurz nach seinem Tod, fängt das in der ersten Zeit alter quasi an und kannst du mit Björn spielen oder sowas, oder mit Eva. Das ist halt irgendwie schon ein cooles Feeling. Oder du kannst auch nach Spandau. Ja. Man kann auch Spandau gründen. Du kannst halt auch das deutsche Reich nehmen, ne? Das heilige römische Reich. Damals noch. Ja. Oder das bayerische, das bayerisch-christliche Reich. Aber ich finde das mega, was ich jetzt für Freiheiten überhaupt in dem Spiel hast. Du kannst halt wirklich sagen, du machst eine eigene Religion auf, wo einfach alles erlaubt ist. Weißt du, EZ, äh, Kleidung verboten, alles. Das ist heftig. Kleidung verboten, alle müssen nackt rumlaufen. Ja. Das ist so nur nackte Leute. Du hast also so verständlich, ich hab jetzt einen verschwundenen Spielzeit, nach 20 Stunden hatte ich ne neue, war ich soweit eine eigene Religion gründen zu können. Und, ähm, ähm, da kannst du halt auch dauerhaft immer wieder zwischendurch machen. Du musst halt so ein paar Sachen machen. Gott, ist der scheiße, der Killer. Das hat mega winstig, wenn du auf einmal durchgedeilt wirst. Hast du gesagt, du hast die Kaiser vor dir und dann steht einfach nackt. Deine Religion. Krass. Hm, ich hab das Bumstum gegründet. Geil. Das Motto war Bummsen? Fragezeichen. Geil. Ja. Ich glaub, die sollten mega straff. Oder? Ja, also ich mein, die Tore sind auftaucht. Ich hab nichts gesehen. Das hat er am abcampieren. Ja. Die neue Tore, die Türen gefallen, aber nicht die kaputt machen können. Das ist ein bisschen doof, weil von groß ist. Ja. Der ist halt, äh, jetzt auch abgeschlossen. Das ist ein bisschen doof. Das läuft ja dahin, ne? Ah. Das war die Türen. Wohin? Was geht? Warum macht der denn Disconnect? Der war doch schon tot. Jetzt krieg ich deine Zeitstrafe, weil fünf Sekunden nicht gewartet hat. Machst du das andere Tor auf? Ja. Gut. Denk ich nämlich noch ein bisschen ab. Also, soll ich aufmachen oder noch 99%? Äh, kannst du aufmachen. Ja. Alles klar. Kannst du auch schon mal durchgehen, wenn du willst. Der hat das auch Disconnected. Als ob der auch Disconnected ist. Huren-Söhn, Huren-Söhn. Wir sind schnell zum Ausgang. Was ist denn los heute? Ist schon wieder ein DVD-Feeling. Fünf Sterne. Mal fünf Sterne. Glöckchen, kling, machste ping. Komm, hau mich nochmal. Alter, da war Rang 9. Der Typ, der... Tschüss. Der hat keine fünf Sekunden gewartet. Der war schon Rang 9, weißt du? Und der... Oh, der Killer war Konsolenspieler. Graurig. Aber die haben auch ein Grafik-Update bekommen. Also von dem her. Wusstest du eigentlich, dass es auf der Switch Kat Freddy gibt? Hä? Hä? Natürlich gibt es einen Freddy auf der Switch. Das ist so, weil ich das gehört habe, kannst du halt Freddy spielen. Aber... Äh... Mit einer Switch-Version. Aber... Ähm... Du kannst ihn halt trotzdem als Killer haben, wenn du in der Runde bist. Weil, wenn das jetzt in Konsolen spielen... Hä? 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 Da haben wir noch eine Runde, oder? Sigi, längst noch eine Runde dran, also bis gleich. Hm. Schade, keine gute MIP. Keine gute MIP. Aber der hat sie gekauft zu DVD. Hä? 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 Das klappt. Mal gucken. Ich guck mit, wenn der nächste Killer ist. Ah, gute Idee. Dann weißt du doch, was du da geschmeckt hast. Ist das jetzt dein Ernst? Das ist der Leatherface, der Leatherlappen. Der Leatherlappen kommt! Der Leatherlappen kommt um die Ecke. Ich wollte tatsächlich... Dann läuft man hier. Ja, läuft man hier. Tschüss. Tschüss. Ich winke noch. Ich will das. Aber dass der Haken richtig animiert wird, das haben sie immer noch nicht hinbekommen. Ja gut, du kannst ja auch nicht verlangen, du kannst es auch nicht verlangen, wenn die Grafik-Update machen, dass sie auch in Haken denken. Die sind nur so wichtig in dem Game. Der Haken ist jetzt sowieso erstmal ruined. Das ist der Leatherlappen. So mega belastend. Ich wollte... Hab eigentlich... Wieso? Nein! Der Leatherlappen. Der ist genau da, wo wir die ersten Game gemacht haben. Ah, der ist so belastend! Erstmal selbst sein. Er kommt nicht in deine Richtung. Er such jetzt die... Er kommt in meine Richtung. Nee, er ist rechts von dir. Er sucht gerade den, der den zu dir kriegt. Ja, ich weiß. Der soll mal um die Ecke kriegen. Jetzt kommt er! Tschüss! Bye bye! Have a great time! Jetzt wird aufgehoben. Tschüss Janik! Danke schön! Ja, guck mal hier! Nein, 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 ich muss das machen. Ja, kommt hier her! Tschüss! Du bist so gemein. Oh Mann! Tschüss Janik! Er ist hinter mir! Er will turnen! Ich hole den anderen! Tschüss! Ren, Janik! Nein! Ich machen! Tschüss! Jetzt ist er hinter mir her! Ich finde, für die Küsten auch hübscher, was man schon sagt. Ja, du musst jetzt aus dem Schloss aufbrechen und machst es nicht nur auf und gruscht da rum. Ich brauche immer eine Minute, um die dicke Gäste zu finden. Mitten durch mein Herz den Haken. Mitten durch mein Herz. Nee! David! Nee, mach das nicht! Warte! Warte! Ja, genau deswegen. Tschüss! Hau rein! David! Adieu, schnudewelt! Das war's! Krieg um dein Leben! Das ist eine Klasse für DPD-Runde. Adieu! Das ist einfach hier in Redfield machen müssen. Nein, ich muss nicht! Erstmal zuschauen! Das zwei Haken musste mich schon vorbeibringen! Ich kann das schaffen! David! Deine Fähigkeit hat mich gerettet! Jawoll! David! David! Meta! Meta, David! Krass! Oh, da ist jemand im Schrank! Schau mal links! Komm, der will, dass du rauskommst! Schau mal links! Oh, schade! Geh doch in den Schrank daneben! Oh, schade! Geh doch in den Schrank daneben! Ich bin mal gespannt! Ihr müsst wissen, Leute! Wir nehmen's am Samstag auf! Also, noch nicht so lang vorher! Am Montag! Wäre rein technisch! Der Starttermin von Holger! Aber ich hab da noch nichts wieder gehört! Oh! Der Starttermin von Holger! Ja! Meistet, in der zweiten Woche seiner Ausbildung würde er wieder anfangen! Quasi! Und das wäre dann... Ja! Ich hasse mein Leben! Holgers Comeback! Und da liegt er wieder! Nein! Und da liegt er wieder! Lässt dich liegen! Nackt in einem Zimmer! Mit den Prostituierten! Aber rein technisch gesehen wäre Holgers zweite Woche halt jetzt auch vorbei! Das heißt... Oder fängst du jetzt an? Ja! Auf jeden Fall gesagt, so nach der zweiten Woche, dann würde er anfangen! Und das wäre ab Montag quasi! So rein technisch gesehen! Also ich meine rein technisch gesehen! Äh... Wenn kannst du dich jetzt heilen! Mal so rein technisch... Rein technisch gesehen! So! Rein technisch gesehen wäre Holger jetzt schon wieder da! Aber ich sag mal Montag, dann wäre es... Dann wäre... Ist es quasi die Woche ja vorbei! Aber bisher noch nichts gesagt! Deswegen mal gucken! Aber du hast jetzt in die Länge schiebt! Äh... Ist der Don? Kann es sein, dass du du bist oder sowas? Also Lukas am Hauptgebäude da bist! Ich muss nur denke ich... Ist das Hauptgebäude? Nee, das ist richtig krass! Ich hab Vikos Blaupose genutzt! Ja! Die muss... Bis dann nicht hier ist Born! Weil das würde ich schon als Hauptgebäude identifizieren! Ja, das ist das Hauptgebäude! 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 Ja... Ich hab's euch gefallen lassen! Ich hab's euch gefallen! Das ist das Laika! Oh... Oblassend! Kommt ein an! Einhängt man noch dran! Alle guten Dinge sind das rein! Einhängt man noch dran! Vielleicht kriegen wir die Feule noch! Vielleicht kriegen wir die Feule! Also Leute! Gleich letzte Runde! Dafür muss aber auch einen Laika lassen! Sonst endet das Video jetzt! die 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 schön dass ihr einen langtag gelassen habt jetzt geht es auf jeden fall zum finale ein boden fiel ein boden fiel und er hätte ich gerade noch mitbekommen das ist wie ich mich gerade zu froh gelacht habe und zwar im wörtlichen sinne gelacht was die ersten zwei sekunden frech hier war mein Gen so die die committee die 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 neither dies du er ist ja auch von der Ferne die sich nicht mehr das ist aber ein Traum vor hast du mich gerade erschreckt der Schwede oh Scheiße jetzt kommt er wieder als erstes so nur steinlich die Verlieben alle sein Runden fangen damit an, dass es einfach passiert mit dem Gen und der Killer deswegen zu mir kommt nur ne Klöde oh nee, Sammulei Netzlerin, Alter Sammulei eine Packung Gleis ah, im Keller, da sehe ich mich Keller, da sehe ich mich auch wie jung, bis jetzt ab hast du schon die Kakerlaken gesehen welche Kakerlaken? oh, da war einer am Schrank drin da war der Abgessen Nägel die Lane, die als Kakerlaken hmmm ta-dum das gibt nur, weil die nicht auf den Like Button gedrückt hat hmmm ah, aber wenn man nicht auf den Like Button drückt, dann ne verliert man das nicht du, das ganz so weh dann verliert man auch in Valorant sein Rang na, und in DVD wird man nur durchgehend vom Killer gesehen das die kommt jetzt zu uns, weißt du das? naja, jetzt kommt sie dir na, sie kommt hä? warte mal hm, 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 bist du die andere Klöde? ne na stoppt, zutut oh, nein, alter Alter das war unerwartet das war mehr als ein unerwartet das habe ich hier gerade richtig wachgerüttelt da kommt die alle ich habe jetzt da hier auf die ich habe nicht automatisch damit überlebt paar sekunden nur ein paar sekunden du hast die gleich automatisch da war ein lila item wehe alter ich heil mich nicht instant da war nur ein bisschen verarschst du mich gerade ja von wegen ist er hier da geht er 40 sekunden los oder so hast du kackt ich habe die ganze zeit in einem haus die 40 sekunden er kommt jetzt zu euch ja was zu klönen da hängt sie mich jetzt auf und die macht einfach städte bist du behindert es ist auch noch ein haus wo ich nicht drüber springen kann gott die hat mich in den tod gestürzt hier hat mich wirklich in den tod gestürzt machen wir noch mal das spielchen oder von wegen jetzt hier alter hat er ist ein gelang genug über die fenster wasser hin zu daumen die alte bringt mich in den keller 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 hat die alte bringt mich in den keller was geht der piste ich aus diesem haus ich muss mir auch unbedingt das haus aussuchen wo der keller ist ich komme jetzt aber langsam mal ich habe mich schon mal zu dir die letzte genüge ist fertig die kämpft hat und dann verzeihen so viel abkämpfen wie sie will was hat wirklich die hat nämlich nüt ja da wird ich kann mich besuchen wo ist der also am ehrens ist halt der klassische dbd man nimmt die hat man den antispass perks mit das geht ab bastron auch ein kohle hau da nein wie spaß da mal wieder die folge die bidee wenn es euch gefallen hat los in der ektor kannste mal deine kamera drehen ja genau so meine ich das da kommt nicht raus klöde kommt nicht raus klöde kommt nicht raus du hast ihn zu dir nicht mal dabei jetzt nicht mehr ich habe die an dir verschwenden das war ein item kein perk das war ein item an dem ähm hier dingens medica was medica naja ok das liebende ding am medica kannst du mal links sehen wie lange das dauert bis sie aktiviert dann schämst du dich weil du nicht so lange überlebt hast geh zum ausgang hin geh zum ausgang hin geh zum ausgang hin glöde zieh dich aus da kommt sie da kommt sie da kommt sie Yannick was da ist sie da ist sie belastend ja belastend weil wir sind nicht lust aber nur als wir sind genau code geht er oder bleibt er oh das ist richtig schwierig morale für entscheidungen bei elena oh die macht jetzt eine kiste auf jetzt wird es spannend das kriegt sie aus der kiste raus da 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 Werkzeugkasten machen wir machen wir auch macht die kürze auf ich hätte ich hätte ich hätte ich gerne das kann man von selber aufstehen ja ich weiß dann möchte ich sie draußen das würde ich jetzt auch gerne ich meine okay wenn ich es auch immer noch da steht aber da würde ich doch gucken ich brauche die immer noch da ich brauche die immer noch da überhaupt zwei lämpchen sind an zwei lämpchen verlassen ja traurig hm hm wo hat die denn ich sehe sie ja gar nicht komm schnell tanken schlag für mich oh oh komm wo da oh oh tanken schlag tanken schlag ja hier nicht hier nicht raus ich werde die andere gestirpen und werde belassen geh raus geh raus geh raus in die länge ziehen in die länge ziehen wo ist die andere warte mal ich schau mal die rennt zum anderen ausgang geh durch geh durch geh durch okay die ist panisch weggerannt alter überlebt zum finale das war ein wunderschöns finale und da in langen jahren schon da gelassen brauche ich das ja nicht mehr erwähnt und das war auf jeden fall mal der neue chapter mit david und mir das heißt nur die guten leute waren dabei heute nächstes mal schauen wir mal und wenn euch mal dvd wieder gefallen hat dann lasst uns das gerne wissen und schaut auch gerne beim guten david dabei er hat nicht nur hgpt damals gemacht er macht jetzt aktuell noch twitch streams und demnächst auch noch einen youtube-kanal auf dem man ganz 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 viel cuted gameplay sieht wie ich mich zum affen mache und das wird auf jeden fall spätestens sobald ich dann einen link hab ist er dann auch in der videobeschreibung deswegen schaut euch gerne vorbei haut rein und ciao tschüss tschüss